Na? Vielleicht kriegen wir ja auch noch mal ein paar Münzen eingeschritten. Hallo. Jetzt erfahre ich schon mal, dass die kommen wirklich. Die Schnurren hat sie manchmal sich. Das gibt's nicht! Warum macht ihr sowas nicht in den Freispielen? Mann! 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 Zweimal unter der Münze, Leute! Geiler Scheiß! Agron, was geht da, Bro? Grüß dich! Alter, Claudia! Alken sogar sehr, sehr gut! Kennst du die alte Oma bei TV-Otodal? Sehr, sehr gut! Alter! Pudal! Ich kann jetzt schon nicht mehr. 500 Tage schon auf dem Konto. Pudal! Komm! Ja! Udi, Udi! Gas gebe! Jawoll! Jetzt eine schöne Münze! Gebe schöne Münze! Na? Na? Hallo? Hallo? Okay. Jetzt aber! Die rote! Mach ihn doch! Good night, Mensch. Das war's. Bis zum nächsten Mal.